So, wir mussten äh, leider letzte Woche einen neuen Sender kaufen, also neun natürlich auch nicht, sondern wir brauchen und äh, den fühl ich euch jetzt mal ganz kurz vor, weil ist eigentlich traurig, der Schwader hat auch einen mitgekriegt, mein Paddy liegt im Fangenhaus, äh, ja, ganz schön chaotisch, es regnet eigentlich mit Vormäen, ich zeig euch den mal erst so. So, 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 So,